Felix, wo geht's heute hin? Ab nach Bremen, wuh! Yes, yes, läuft glaube ich. Hallo, hallo, hallo Grimm, hallo Testo, es geht, moin, moin, yes. Ich habe gelesen, dass du als Teenager Gitarrist warst in einer Band-Nero-Martellin. Alter Schwede, du bist ja total gut vorbereitet. Ja, tatsächlich. Ja, und die anderen. Und Crow? Ja, und Packe hier als Crow. Achso, okay. Und Crow? Nein, Mama, ich röm' mein Zimmer nicht auf. Wenn ich länger rausgehen will, dann geh ich halt länger weg. Ihr könnt mir nichts verbieten, ich bin 15. Ganz FM. Laut. Leise. Läuft.